Wir haben da ca. 30 Jahre lang gebastelt da dran und wollten einen Steeldrum und einen Gong zusammenbringen. Und haben das 2001 das erste Mal so entwickelt, die Hang, was auf Schweizerdeutsch Hand heißt, Handtrommel eigentlich nur. Man muss sich drauf bewerben auf das Instrument, es wird auch nicht mehr gebaut, es wurde jetzt 10 Jahre gebaut, knapp. Haben die irgendwas genommen? Genau. Ziemlich spannend, auf jeden Fall. Ich habe auch noch CDs dabei, können wir ja danach noch reden, wenn sie inspiriert werden. Ich glaube, er hat sich Angst, dass er das nicht angemacht hat. Getrunken haben die nicht, die haben Videos genommen, aber kein Alkohol. Machen aber die meisten. Goethe, Schiller, Picasso, Da Vinci. Frank-Koch, Frank-Koch, ich bin Triplendärer, will ich auch mal sein. Ohr abschneiden, dann Bilder vom Alkohol. Da hat man die Fritzel verteilt. Das ist eher... Und die Drogenpalti hier. Das stimmt ja wirklich. Es gibt Leute, die hier so nur Musik zu hören. Entweder wir dürfen überhaupt so quatschen oder echt wie es war der Lied, wenn wir unbedingt quatschen. Wir diskutieren ja auch im Klo und Hülsing. Hülsing hier ist uns halt so liquid im Koff. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020